Musik Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute gehen wir die Traumschleife Gipfelrauschen. Sie ist etwa 8 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann bleibt dran. Musik 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 Hallo und guten Morgen. Die Tour versuchen wir heute schon zum zweiten Mal. Vorige Woche, da ging nichts, da bin ich oben am Erbeskorb angekommen und was war, ich habe die Laufdabber bekommen, sprich Magen-Darm. Dass man so schnell den Berg runterkommen kann, wusste ich auch nicht. Musik Musik Hallo liebe Wanderfreunde, wir wünschen euch einen frohen vierten Advent und in drei Tagen wünschen wir euch mit euren Liebsten frohe Weihnachten. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Hallo und guten Morgen. Diese Tour gehen wir schon zum zweiten Mal, beziehungsweise vorige Woche haben wir damit angefangen. Da ging aber leider nicht viel. Oben auf dem Erbeskopf angefangen, oben auf dem Erbeskopf angefangen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.